Guck mal hier, hier haben wir eine Untersuchung des E-Wai Magazins, das regelmäßig mit ganz guten Einblicken daherkommt. Junge liberale Frauen sind die unglücklichste und krankeste Bevölkerungsgruppe. Ist hier irgendjemand überrascht? Unglücklich und krank, so so. Ja, das will doch kein gesunder Mann deten, du etwa? Daten haben gezeigt, dass Frauen, die sich als liberal bezeichnen, weniger glücklich und erfüllt sind als ihre konservativen Kollegen. Also ich, so zu gar sagen, nicht nur unglücklich, sondern regelrecht verbittert. Guck dir hier mal ein entsprechendes Video an, das Thema hatte ich schon mal. Psychische Erkrankungen nehmen seit Jahren stetig zu. Ehrlich? Hier geht's erst mal um Allgemeines, über Suizidraten, die zugenommen haben, soziale Medien und Psychopharmaka und sowas. Aber hier dann. Es passiert etwas Besonderes mit jungen liberalen Frauen. Unglücklich und psychisch krank, das hatten wir oben gerade. Daten haben gezeigt, dass Liberale den Aktivitäten, die ihnen Erfüllung einbringen, wie Ehe und Familie weniger Vorrang einräumen. Ist hier ein bisschen komisch übersetzt aus dem Englischen, auf Deutsch gesagt, Individualismus ist das Problem. Und ja, das könnte ja schon mal ein Krankheitssymptom an sich sein. Pass auf, nur 37% der Liberalen sind verheiratet, während 56% der Konservativen verheiratet sind. Vermutlich sieht's bei Beziehungen ähnlich aus, würde ich mal sagen. Und für Frauen ist das Alleinesein ein deutlich größeres Problem als für Männer. Das steht auch mal fest. Hier steht's dann auch. Ehe-Beziehung werden mit besserer Gesundheit, mehr Glück und höherer Lebenserwartung in Verbindung gebracht. Verlinkt offenbar mit einer Studie dazu. Kannst das ja alles selbst studieren, wenn du dich immer noch nach dem Warum fragst. Hier wird dann auch drauf eingegangen, dass Liberale meist Jüngere sind und klar, in jüngeren Jahren ist man halt eher naiv, unerfahren, leichtgläubig und manipulierbar. Jetzt kommen wir dann explizit zu den Frauen, die, also offenbar chronisch unzufrieden sind, deutlich unglücklicher als Konservative. Was wie nachvollziehbar sein dürfte, letztere attraktiver für Männer macht, oder etwa nicht. Kommt aber noch besser. Laut einer Untersuchung identifizieren sich 38% der liberalen Frauen sogar als LGBT. Wobei sich die Zahl jener innerhalb der Gen Z in den letzten Jahren fast verdoppelt hat. Interessant, nicht unbedingt verwunderlich sind dann die nächsten beiden Sätze, in denen es um die mentale Verfassung dieser Menschen und liberaler Menschen allgemein geht. Shona Helland, meinst du nicht? Auf die Umfrage von 2020, in der es um die diagnostizierten psychischen Erkrankungen bei progressiven Frauen geht, auf die bin ich ja schon an anderer Stelle eingegangen. Was du aus diesen Untersuchungen hier machst, das bleibt ganz dir überlassen. Es gibt jedenfalls jede Menge faszinierender Fragen über Ursache und Wirkung. Fragen, die sich früher oder später sowieso mehr Männer und Frauen stellen werden müssen. Ich hab hier nix bewertet, sondern nur analysiert, aber fest steht für mich, dass sofern Mann und Frau wieder harmonisch und in ihren speziellen Eigenschaften zusammenfinden wollen, gewisse moderne Ideologien überwunden gehören. Lass es mich gern wissen, wie du das Thema siehst, komm in meinen Premium-Bereich für Weiterführendes und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.